Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 16. März 2023. Du hörst die Geek Talk Daily 1334. Heute mit den folgenden Themen Apple, Threema, Gardena, TikTok, Spotify, OneMove, Meta, Google und der beliebte Swisscoin. Ja, ich habe einiges an Themen und deshalb würde ich sagen, starten wir gleich durch. Bei Apple, zumindest in den Staaten, gibt es zwischen 7 Uhr morgens und 19 Uhr abends, also für 12 Stunden, Spezialisten per Video. Was machen die? Ja, wenn du auf Apple.com in den Staaten gehst, dann bekommst du oben rechts so ein Videocall angeboten. Da kannst du mit iPhone-Spezialisten darüber sprechen, ob das Teil jetzt was für dich ist, ob es, wenn du noch spezielle Fragen dazu hast, kannst du die direkt klären lassen. Das Video, ganz wichtig zu wissen, ist nicht bidirektional, sondern nur eindimensional. Sprich, du siehst den oder die Verkäuferin und die sehen dich nicht, du hörst sie aber oder sie hören dich besser gesagt. Und dann können sie dir Dinge zeigen. Sie können direkt auf ihr iPhone, also auf ein Bild, auf ein Screen gehen und dir Dinge zeigen. Und das finde ich eine coole Unterstützung, weil wir kennen es ja schon länger, diese Chats bei diversen Shops, bei Telekom-Anbietern etc., wo man immer mit jemandem chatten kann, wenn man nicht unbedingt in die Telefon-Warteschlaufe gehen möchte, kann man einfach bequem mit dem Chat quatschen. Ja, ich bin gespannt, wie sich das durchsetzen wird, vor allem und vor allem noch mehr gespannt bin ich darauf, wie schnell es gehen wird, bis andere dies auch so umsetzen werden. Und ich glaube, Apple wird auch nicht der erste oder die erste Company sein, die das tun wird. Es gibt da draussen sicherlich schon welche, bevor jetzt jemand kommt und sagt, dass das so ist. Heute habe ich seit doch eher längerem wieder mal Threema genutzt und lustigerweise heute kommt und oder hätte kommen sollen ein Update auf Threema 5.0. Zumindest ich auf meinem iPhone habe es noch nicht erhalten. Kann sein, dass das erst in Deutschland ausgerollt wurde oder keine Ahnung oder irgendwie was bei mir im Store hackt, obwohl ich glaube, dass das nicht der Fall ist. Aber ja, was kann Threema in der fünften Version? Ja, man hat schon länger ein bisschen an der Optik geschraubt, war ja auch dringend nötig und das wurde jetzt konsequent durchgezogen auch in der Chat-Ansicht. Darin sind auch Möglichkeiten gegeben, wie die Sprachnachricht direkt im Chat anzuhören und nicht irgendwie ein extra Fenster aufzurufen und so kleine Dinge wie ein Zeitstempel, Mediendatenhinweise und so weiter und so fort. Ein lohnendes Update und ich glaube, ich werde den Messenger doch das eine oder andere wieder mal gebrauchen, weil ich da ein paar Menschen drin gefunden habe, von denen ich schon länger drüben auf Twitter nichts mehr gehört habe. So kann es gehen. Liebe Grüße an der Stelle. Weiter geht es mit Gardena. Ihr kennt sie vielleicht, das Smart Home System, nicht für das Home, sondern für ums Home, also für draussen. Bewässerung, Rasenmähen und solche Geschichten. Die können schon länger mit Apples Sprachassistent sprechen, mit Amazons Sprachassistent, aber auch mit anderen Cloud-Plattformen wie der Smart Home bei Hornbach oder Magenta Zuhause App und der Home Connect Plus App. Neu jetzt mit dazugekommen und somit ist das Trio der drei grossen Sprachassistenten komplett. Die ABC-Tochter, ich sage es jetzt nicht, sonst spricht sie wieder mit mir, die kann jetzt auch, also mit diesem Google Home ist es kompatibel. Das heisst, ich kann über den Hub das Ganze steuern, per Stimme oder per Touch. Da freue ich mich schon drauf. Bei TikTok soll es anscheinend in den letzten Monaten ganz, ganz fleissige Gespräche gegeben haben. Ihr habt es ja vielleicht mitbekommen, ich habe es hier in der Daily auch schon behandelt. In den Staaten ist für Verwaltungsmitarbeitende und Mitarbeitende der Politik etc. ist es verboten, TikTok auf ihren Smartphones zu haben, wegen eben Spionagevorwürfe. Nun soll anscheinend, laut neuesten Gerüchten, ByteDance, die Firma hinten dran, die chinesische, so weit gehen, dass sie es nicht einstampfen lassen möchte, sondern, dass sie TikTok international von TikTok China, also von ByteDance abtrennt und das Ganze als eigenständige Company führen möchte. Ich denke, das ist für die das Beste, weil die haben so eine tolle App, wo Leute so viel Zeit verbraten. Das wäre traurig, wenn sie das Feld Facebook überlassen würden oder Google oder wem auch immer. Von dem her dürfen wir gespannt sein, ob das wirklich so ist und ob sie das mit der Abtrennung machen. Und ob das auch für uns Einfluss hat oder ob wir da weiterhin über die Chinesen laufen, das werden wir noch sehen. Mögt ihr euch erinnern, lange ist es her, schon über zwei Jahre. Damals hat Amazon und Apple und auch andere Musikstreaming-Angebote auf Hi-Fi-Music gewechselt, also auf bessere, verlustfreie Qualität. Und damals, als Apple es angekündigt hat, kurz vorher kam Spotify und meinte so, Oh, gute Neuigkeiten da draussen, wir haben bald auch und es kostet ein bisschen mehr, aber wir haben das. Und am nächsten oder übernächsten Tag kam dann die offizielle Ankündigung von Apple, in den Gerüchten, wie gesagt, schon vorher. Ja, da wollte man Apple eins reinwürgen, aber Apple hat zurückgewürgt und Amazon genauso, denn die beiden bieten das ja ohne Aufpreis an. Mittlerweile fast den kompletten Musikkatalog, bekommt ihr ja in wirklich toller Musikqualität, mit Spatial Audio, mit Dolby Atmos, was auch immer, je nach Streaming-Dienst da möglich ist. Und jetzt, ja, zwei Jahre später, wo ist Spotify? Ja, immer noch nicht da, aber man will, man will. Also, man verdröstet wieder mal die Kunden, wie so oft. Ziemlich unschön, mal schauen, ob es kommt. Spotify selbst meint, ja, der Markt hat sich jetzt gewandelt. Ja, eben, die anderen machen das kostenlos. Und jetzt, man überlegt sich immer noch, wie man das dann schlussendlich unter die Menschen bringen wird. Aktuell ist hoch in den Kursen der Gerüchte, dass man einen teuren Plan bringen wird, der auch zusätzlich neben Spatial Audio, Dolby Atmos und eben bessere Musikqualität noch zusätzliche Benefits beim Bereich Hörbücher und Podcasts mitliefern. Wir dürfen sehen oder erwarten, wann es dann endlich soweit ist und vor allem, was da so kommen mag. Dann gehen wir über zum, ich glaube, es ist ein niederländisches Unternehmen. Doch, doch, OneWoof ist immer was mit Niederlanden gewesen. Genau, die haben ja vor, oh mein Gott, es ist auch schon wie ein halbes Jahr, das neue S5 und das A5 vorgestellt, das dann auch irgendwann wirklich in den Verkauf gekommen ist. Zwar immer noch tröpfelnd und langsam, dann hat man noch eine zusätzliche Farbe vorgestellt und jetzt kommt dann nochmals so eine neue Farbe hervor, die Farbe Dark Grey. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass sie auch liefern, endlich mal. Weil so viel es mir ist, hat der Achim sein neues immer noch nicht. Aber ich muss ihn das dann in der nächsten News-Episode mal fragen, wie das ist. Der Preis übrigens für dieses Dark Grey ist gleich wie die anderen 2.998 Euronen werden dafür fällig. Bei Meta, da kündigt man an, nachdem man Ende über das neue Jahr oder wann es genau war, schon 10.000 Mitarbeiter entlassen hat, möchte man jetzt noch zusätzlich ein paar mehr entlassen. Und zwar, ja, nochmals 10.000 Mitarbeiter, das ist heftig. Nach den 11.000, genau 11.000 waren es vorher, jetzt noch 10.000 obendrauf. Das ist nicht schön. Zusätzlich möchte man auch 5.000 noch offene Stellen nicht mehr besetzen. Also bei Meta wird gespar, gespar, gespart, damit dann schlussendlich für die Anleger das doch noch einigermassen rosig ausschaut. Aber für die Mitarbeitenden eher nicht so. Ziemlich, ziemlich unschön, würde ich doch mal sagen. Dann gibt es Neuigkeiten. Mein Gott, heute haben wir viele Themen. Google Pixel 8. Erst gerade vor kurzem habe ich ja die Google I.O. angekündigt, dass dessen Datum jetzt feststeht. Und da wurde ja gemunkelt, dass man ein neues, jetzt hätte ich gesagt iPhone, nee, Google Pixel von 7a sehen wird. Wie teilweise üblich an diesen I.O.s. Nee, es könnte aber auch ein Pixel 8 sein und ein Pixel 8 Pro. Dies zumindest besagen aktuelle Gerüchte, dass da eben was Neues kommen wird. Was soll da drin sein? Aktuell gibt es nur CAD-Zeichnungen, also Zeichnungen aus dem Computer, wie es ausschauen könnte. Es soll kompakter ausfallen, kleiner mit einem AMOLED-Display und 5,8 Zoll sowie 6,3 Zoll, also kompakteres. Dafür ein bisschen dicker mit den 12 mm, da beim Kamerabuckel, der recht gross ist. Eventuell soll es einen LiDAR-Scanner drin haben, kennen wir ja vom iPhone zum Beispiel. Und kommt es in die Schweiz, ja, die Jungs von Y.ch schätzen eher nicht, kann ich unterstützen, weil, ja, wäre neu, wenn Google das tun würde. Aber die Hoffnung stirbt immer zuletzt. Also somit, wir würden uns ja freuen, wenn das passieren würde. Und dann ganz zuletzt habe ich noch Neuigkeiten rund um den Swisscoin. Die Entwicklung um die Kundenbindungswährung bei You, die hat sich wieder mal schön steigen können. Bis und mit heute hat You 659'000 Schweizer Franken an ihre User ausbezahlt als eben Kundenbindungsprogramm. Und somit im letzten Monat, mein Gott, was waren es, über 60'000 Schweizer Franken wurden verteilt. Und die Entwicklung über die ganze Zeit hat sich auf 35,14 Prozent eingeschossen. Also jetzt wird es dann wirklich schwierig, dass irgendwelche Stationen bei mir im Portfolio den nochmal wirklich schlagen können. Unglaublich, wie der abgeht. Wer das übrigens auch mal ausprobieren möchte, YouPo gibt sie in einem Wort grossgeschrieben im App Store. Wenn ihr euch die App runterladet oder in den Play Store und ein Konto eröffnet, eingeben. Dann bekommt ihr 50 Trading-Kredits, die ihr dann zum Traden nutzen könnt. Und ach ja, 500 Swisscoins gibt es noch oben drauf. Also mitmachen, wer noch nicht hat, unbedingt mal ausprobieren. Genau, so, fertig der Werbung und der Episode. Euch einen schönen und erfolgreichen Tag. Und wenn alles klappt, bald schon wieder. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.